Ich kaufe dir keine Wohnung. Nein. Du musst schon eine Banane haben. Ja. Boah, okay, ich bin fertig und wenn ihr das nicht errät, dann weiß ich auch nicht. Was ist das? Ja, das ist ein Auto. Ich soll dir ein Auto kaufen. Hey Leute. Hi. Was geht? Katja hier bei Spieltaps und Games und ich bin zusammen mit Felix. Das bin ich. Felix. Felix. Es ist noch früh. Es ist noch relativ früh, Leute. Und ich habe heute gedacht, es ist doch ein sehr guter Zeitpunkt für eine Challenge, Leute. Und zwar in Roblox. Wir malen heute was. Und alles, was ich male zum Beispiel oder so, musst du mir kaufen. Also, falls du es errätst. Und was ist, wenn ich es einfach nicht errate? Ja, dann musst du es nicht kaufen. Ja. Vielleicht kann ich es einfach nicht. Aber das Problem ist, dass du gut zeichnen kannst. Das heißt, ich werde erraten. Aber wir malen auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wo wir drei Sachen oder so, müssen wir jetzt einfach malen. Das ist ja das Ding so. Wir müssen es schnell malen. Wir müssen es einfach malen. Wir machen das alles mit meinem Account. Ja. Das ist okay. Felix, möchtest du gerne starten? Ich möchte starten. Du möchtest starten. Ich hoffe, du möchtest starten. Oh, das habe ich gesagt. Dann möchte ich jetzt starten. Du möchtest jetzt starten. Okay. Du kannst hier auch die Farbe aussuchen. Du kannst hier alles Mögliche aussuchen. Alles machen, was du möchtest. Okay. Und ich würde mal sagen, Felix startet erst mal und ich hoffe, dass ich das nicht errate. Oder weil sonst muss ich es kaufen. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, Felix. Viel Spaß hier, ne? Danke. Bis gleich. Ich sage, wir fangen einfach mal einfach an. Einfach? Okay. Was ist jetzt einfach? Ich hoffe, es ist nicht zu krass. Ich hoffe, es geht keine Wohnung. Nein. Ich meine einfach im Sinne von noch nichts zu krasses. Okay. Etwas, was du mir definitiv kaufen kannst, ohne Schulden für den Rest deines Lebens zu haben. Danke. Bitte. Das ist sehr nett von dir, Felix. Ja, die Frage ist halt nur, ob du es errätst. Vielleicht kriege ich das gar nicht. Ich hoffe so sehr, dass ich das nicht erwarte, ehrlich. Oh, nein. Wie kann ich das rückgängig machen? So? Nein, komm zurück. Okay. Wie kann man einen Schritt rückgängig machen? Kannst du gar nicht. Oh, nein. Du musst es löschen. Nee. Das kriege ich hin. Das kann ich retten. Okay. Okay. Ich glaube, es wird nun schlimmer, wenn ich weitermache. Du kannst gucken. Okay, ich freue mich tatsächlich. Okay. Also, ich glaube, ich kann es erraten. Aber ich kann es, glaube ich, erraten nur anhand von der Farbe. Also, eigentlich, ich habe immer das Gefühl, dass nur die Farbe hier stimmt. Die Form sieht ein bisschen komisch aus. Möchtest du eine Banane haben? Ja. Okay. Ich besorge dir auf jeden Fall eine Banane, Felix. Das kann ich gerne machen. Aber das Ding ist halt, ich bin noch nicht... Ich kann dir jetzt gerade nur so eine richtig fragewürdige, ähm, nicht orange, sondern Mandarinen anbieten. Kann ich dir, weil... Okay. Ich halte sie als Pfand, bis du mir eine Banane bringst. Als Pfand. Okay. Alles klar. Aber das Ding ist, die ist ja schon als Pfand. Meine Mandarine. Ja. Du bekommst die wieder, wenn ich eine Banane bringe. Ja. 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 Okay. Dann... So, ich muss gehen. Ja, du musst gehen am besten. So, Felix. Alles klar. Ich gehe jetzt einfach nur irgendwo anders hin, damit ich es irgendwo anders zeichnen kann. Und ehrlich gesagt, hm. Hm. Ich weiß halt nicht. Ich weiß ja nicht. Hm. Okay. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Und ich hoffe, dass du es auch errätst, wenn du nicht... Ich muss mal nachgoogeln, wie genau das aussieht. Wenn du das nicht errätst, ne? Oder vielleicht tust du nur so, als ob du es nicht errätst. Hm. Boah, okay. Ich bin fertig. Und wenn er das nicht errät, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Du kannst gerne kommen. Du kannst gerne kommen. Du kannst gerne erraten, was es ist. Ist das das Robux-Symbol? Ja. Das ist doch richtig gut. Ich sollte Robux kaufen. Mhm. Ein Robux. Du hast eingekauft. Äh, eingezeichnet. Ja, jetzt habe ich ja wirklich nicht hingeschrieben, wie viel, ne? Ah, so gezeichnet. Dankeschön. Aber jetzt muss... Jetzt darfst du halt da so entscheiden, wie viel du mir kaufst, ne? Ein. Ein? Wolltest du... Ich hab's verballt. Wieso? Stimmt. Ja, aber... Ein bisschen mehr, ne? Nein? Nur noch ein? Wie viel möchtest du denn? Keine Ahnung, so... 100? Ja, okay. Also eigentlich theoretisch wäre es schon gut, wenn du mir 10.000 geben würdest, aber 100. Na, dann einigen wir uns auf 100. Auf 100, okay. Alles klar. Okay. Dann kannst du es mir dann später irgendwie auch schicken. Ja, schicke ich dir. Das schickst du mir, Dankeschön, Dankeschön. Das freut mich, das freut mich natürlich. Und jetzt darfst du auch schön zeichnen, Felix. Ich habe meine Banane da im Hintergrund. Die Banane im Hintergrund. Ähm, ja. Alles klar. Sieht aber wie war sehr gut aus. So, dann gehe ich jetzt mal diese Wand hier. Ähm, okay, ich habe eine Idee. Ich will mal sehen, ob sie es erkennt. Das ist nicht so einfach hier. Okay. Okay. Ja. 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 Was ist das? Ja. Ist das irgendwie so ein, ist das irgendwie so ein Monster? Nein. Ist das nicht jemand aus der Sesamstraße oder was? Nein. Nein. Ja. Ja, das macht es wirklich auch sofort. Ich glaube, ich mache hier irgendwas kaputt. Ist richtig eskalierend, Leute. Ja, du kannst ihn einfach schon mal geben. Ich kann ihn dann später geben. Also, kann mir dann später irgendwie so, weißt du schon, das ist immer toll, die ist auch kaputt. Peter, sind die? Die ist kaputt. Die Kulleraugen. Die Kulleraugen. Ja, die Kulleraugen. Du kannst mir das Modell auch kaufen, was dir lieber ist. Das habe ich doch. Das habe ich doch schon. Ich möchte nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Aber okay. Aber jetzt muss ich die Banane und die Lampe. Und die Lampe ist okay. Die Lampe ist da. So, Felix. Dann meine ich ja hier auch noch was. Und ich würde mal sagen. Hm? So. Oh mein Gott, Leute. Ich muss jetzt wirklich, also das muss ich unbedingt so meinen, dass Felix das auch verstehen würde. Weil ich glaube, es wäre extrem cool geworden. Welche Farbe möchte ich haben? Ihr wisst genau, welche Farbe. Boah. Ich muss es aber richtig toll malen, damit man das auch verstehen kann. Ich übertreibe aber jetzt auch wirklich. Aber ehrlich gesagt, diese Challenge müssen wir auch ernst nehmen, ne? Also das, was ich hier male, musst du auch machen, ne, Felix? Mhm. Mhm. Schlechtes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich es schlimmer mache oder nicht. Ich glaube, ich mache es schlimmer. Pfff. Ich hoffe, du kannst es. Ich hoffe, du kannst es. Du weißt, was es ist. So, Felix. Komm. Hä? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Das kann ich dir leider nicht kaufen. Weißt du? Du veräppelst mich doch gerade so. Was ist das doch? Dich veräppel niemals. Wow. Okay. Dieses eiskalte so. Ach, Quark. Dich veräppel niemals. Nein. No. Nein. Das ist, äh... Das ist ein Auto. Ich soll dir ein Auto kaufen. Was ist das für eine Challenge? Du hast diese ganze Challenge nur gemacht, damit du am Ende ein Auto bekommst. Das ist cool. Ja, ich fand das richtig toll, dass du erstmal so mit der Banane gestartet hast und dann mit der Lampe und jetzt bin ich hier mit einem Auto. Ja. Okay. Mhm. Okay. Okay? Ja, aber ich mache das über deinen PC. Über meinen PC? Ja. Ich kaufe dir ein Auto, aber ich darf entscheiden, was für ein Auto. Deswegen suche ich das raus. Du kannst dann immer noch sagen, okay oder nicht. Okay. Soll ich weggehen oder was? Geh erstmal weg. Ich such dir das raus. Okay. So Leute, Katja ist jetzt rausgegangen und, äh, ich kaufe doch nicht im Ernst ein Auto. Äh, ich bin jetzt einfach mal an ihrem PC in Brookhaven reingegangen und, äh, hier bekommt sie jetzt ihr Auto. Da kann ich mir hier einfach was raussuchen. Guck mal, das ist sogar pink. So. Also, ja, das kann ich mir auf jeden Fall leisten. So. Dann hole ich sie mal wieder. Mal sehen, wie sie darauf reagiert. Habst du mir jetzt was ausgesucht? Ja. Warum bist du in Brookhaven? Hm. Äh. Warum bist du in Brookhaven? Einfach so. Spiel mal ein bisschen. Wo ist das Auto? Ich soll ein bisschen... Da da. Da da. Da hat dein Auto, bitteschön. Ist sogar schon importiert. Wow. Das ging sehr schnell. Dankeschön. Ja, okay, egal. Es ist auch... Es ist okay. Dankeschön. Weil das Ding ist, es sieht eigentlich auch ganz nice aus. Aber da sitzt gerade jemand. Äh, Moment mal. Ähm. Ähm. Ich habe sie nicht mitbestellt. Gut. Entschuldigung. Ich möchte jetzt... Okay. Ja, aber das Ding ist, die Farbe ist tatsächlich auch gut. Also, die Farbe... Doch, wie du es dir gewünscht hast. Ja, das ist... Also, ich habe alle deine Wünsche erfüllt. Es ist irgendwie das Ding wirklich, das ist... Ja, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn. Danke. Danke. Endlich ein Auto. Also... Dankeschön. Ja, Leute. Das war die wundervolle Challenge. Ich muss auf jeden Fall... Warum sagt jetzt die ganze Zeit auf Russisch, go mama? Du bist jetzt Mutter. Das kommt, wenn man ein Auto hat, ist man Mutter. Nein! Mutter. Ja, Leute. Okay. Dann hole ich noch eine Banane für Felix. Und die Lampe darf er vielleicht behalten. Die nehme ich gleich einfach mal. Oder vielleicht... Ich kaufe dir eine neue. Ich kaufe dir genau die gleiche, aber neue. Okay. So, Leute. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren. Glockenzeichen will nicht vergessen. Und wir sehen uns beim... Nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.